Yo, hier bin ich auch schon wieder mit Let's Play GTA San Andreas, das heiß erwartete Spiel, oder auch nicht. Egal, auf jeden Fall, äh, geh zu Ryder. Aha, ich muss gleich mal zu Ryder gehen, oder springen, oder sprinten, oder erst mal telefonieren. Ja. Ja, ich dachte, ich würde ein bisschen was erzählen. Sweet, ey, was ist denn? Seitdem du weg bist, hat die Scheiße verändert. Große-Familien sind nicht mehr groß. Ja, ja, ich nicke, ich nicke, ja, 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 man. Wow. So, Ryder, was ist hier los, du Kiffer. Hey, man, what you want? Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homies, yeah, yeah, it's good to see you back. No homie love, no hub? Oh, for sure, for sure, my nigga, my bad. What's cracking with you? Hey, man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paid no raw hit up, man. Shit is beautiful. T-Stone a lesson. The fucking Grove Street. You down? I'm always down. Let's go, bitch. Let's go, bitch. Ich glaube, ich spinne, ey. Du Penner, du hast doch gar keine Ahnung, mit wem du dich hier anlegst. Ja, ich habe Call of Duty Modern Warfare 2 gespielt, ja. GTA 3, GTA Vice City. Und es kommen noch viel mehr Sachen, du Penner. Ach, Mann, ey. Okay, tun wir mal meine Musik rein. Ich glaube, das ist voll der Fick, ey. Da ist alles drin, was ich habe. Alles, was ich habe. Wow, was ist denn hier los? Muss ich mich erst dran gewöhnen, an die Steuerung und, äh, an die Fahrphysik und alles. Warum kommt auf meiner Musik Werbung? Also, wenn ich auf meine Musik gehe. Das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt pass mal auf hier. Pass mal auf. Eigene Musikoption. Abspielmodus. Zufällig. Automatische Tracksuche. On. User Tracks durchsuchen. Kurz durchsuchen. Zeitsprache. So, fertig durchsucht. So, jetzt müsste dann eigentlich Musik kommen. Hoffe ich zumindest. Na, egal. Als erst mal die Haare schneiden lassen. Tch, yeah, okay, danke, Helmich. Mann, die sind die ganze Zeit am brabbeln, ey. Da kann ich nicht dazwischen blubbern. Ja, ich setze mich schon hin. Du Opa. So, was will ich denn? Ich hab eigentlich immer den Conroe-Look, äh, genommen. Glaube ich. Gucken wir uns das mal an. Yeah, so muss ein Neger aussehen. Das hört sich an. So muss ein Neger aussehen. Hohohohohoho. Eingabe und beenden, ja. Ja, what the fuck? Ich hab doch... Was soll denn die Scheiße? Ich will den... Was willst du, du Wichser? Ich wollte den Conroe-Look. Warum hab ich jetzt wieder so einen behinderten, normale Frisur... Oh, jetzt muss ich nochmal machen. Was ist denn hier los? Außerdem wundert mich das eh. Wie kann der das mit dem Rasierer so... Dann schon passt alles, äh. So, jetzt nochmal. Die will ich. Den Conroe-Look will ich, ja. Leertaste kaufen. Ah, jetzt ist alles klar. Gut, ich konnte mir das auch bloß leisten, weil ich im ersten Video einen Typen überfahren habe. Hm. Das ist geil, ne? Der hatte halt 400 Dollar bei sich. Wie kann denn eigentlich so eine behinderte Frisur 500 Dollar kosten, ey? Der voll für den Arsch. Du weißt was? Ich nehme dich zurück. Oh, wir haben es immer noch krank. Mann, was ist das? Das Scheiße sieht schrecklich. Oh, ich bin nicht wirklich das Muskelpaket. Aber egal. So. Wow. Der ist cool reingelaufen. Meine Statistik. Äh, Muskeln. Ja, ein bisschen was. Fett ist viel zu viel. Und Kondition, ja. Okay, Sexappeal. Ich bin sowieso so hässlich da. Ist das egal. Ja, gib mir einfach die Scheiße jetzt hier. Leertaste kaufen. Ja, komm. Jetzt will ich nichts mehr. Ich bin satt. Ich bin satt. Obwohl, Hunger hätte ich jetzt schon noch. Ich glaube, ich fahre noch zum McDonald's. Kann sein, ja. Das ist so gut. Reiter. Nicht das wieder. Das ist nicht mein Mann. Was ist sonst so klein? Ich fühle mich sehr, für deinen Vater. Scheiße, das ist so schade. Wir gehen hier. Partei sein muss die Zeit Burstett Streit Burstett aus dem Ort verpiss dich doch tun die Gäste bei der Schöpfung die ja ist sehr gut ja erhält ich fahre nicht platt und dann habe ich gleich ein Schroppgewehr das ist die Idee so auch schon habe ich ein Schroppgewehr ist doch cool meine erste Waffe das ist lässig ja hier ist meine Musik naja egal okay das Lied ist auch nicht so toll aber ich lasse die Scheiße einfach laufen verpiss dich von der Straße vom Gehweg meine ich natürlich hier yeah Grove Street wow so jetzt parke ich mal rückwärts ein so wie ich es in echt aufmache viel zu schnell ne geht gar nicht ich bleib stehen so toll so was ist wie die Biennial und die Begriffe zu later home later home ich man das ist so nicht Gäste Sprache er steckt voll an da wow bei dir wackeln die Möpse aber ganz schön du Schlampe er ist schon wie gut gab schau mal in die mal deinem denn die Kohle her ich wette du es kohle dabei und und ne die hat wirklich keine Kohle dabei hm so eine Scheiße egal also bis zum nächsten Video dann